Moin Leute, das ist jetzt der zweite Teil des Netty or Not mit Tim Gabel. Heute schauen wir uns unter anderem an, wie natural denn Dwayne Johnson The Rock ist oder auch der deutsche Wettkampf-Natural-Bodybuilder Patrick Teutsch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video. The Rock, Dwayne Johnson, mein Lieblingsnaturalathlet. Ja, es ist krass, dass der nur mit 18 einmal ganz kurz Steroide ausprobiert hat, dann gemerkt hat, es ist nichts für ihn und sie dann nie wieder angefasst hat. Hat der mit 18 nicht? Alter, konnte ich ja mal die Form an. Ja, das ist vollkommen natural, ist klar. Weil, wie gesagt, nur mit 18 einmal ganz kurz ausprobiert, gemerkt, ist nichts für ihn. Ich war ganz früher, ganz früher habe ich auch so gedacht, oh, vielleicht, ich wollte es echt glauben. Der hatte ja schon in seinen 20ern, als er noch Wrestler war, musste ihm ja schon eine Güne entfernt werden. Der hatte da eine Güne-OP, der hatte eine Zeit lang, ich war damals, habe ich mir Wrestling gerne angeguckt und der hat eine Zeit lang, ist er dann mit so einem T-Shirt oder sowas dann in den Ring gestiegen, weil ihm eine Gynäkomastie entfernt wurde. Na klar, eine Gynäkomastie kann man auch so kriegen. Ich hatte auch Pubertätsgynäkomastie, aber in seinem Fall ist das, er hatte auch damals in seinen 20ern schon irgendwie 120 Kilo, nur nicht in so trocken, als er Wrestler wurde. Dann wollte er ein normaler Schauspieler werden und hat Gewicht abgebaut und sah dann ja auch natural aus. Das war ja dieses Bild, was wir da links sehen, ist ja nach seiner Wrestling-Phase, wo er weniger Muskeln hatte als vorher. Und ich würde sagen, in dieser Phase, wo er natural aussieht, war er auf TRT. Und was er jetzt genau alles nimmt, ist eine andere Sache, aber wenn der... So einen kleinen Anti-Aging-Mix? So ein bisschen Wachs, ein bisschen Testo. Heiko Kalbach würde sagen, so ein Anti-Aging-Mix. So ein was? So ein Anti-Aging, Heiko Kalbach oder so immer. Nee, das ist auch in Heiko Kalbachs Wort, weil er sicherlich mehr als Anti-Aging. Ja. Der ist 50 Jahre alt und hat eine Form, die schon bei einem jungen Menschen dauerhaft nicht, also vom Körperfettanteil dauerhaft meistens nicht ausreicht, um das Testosteron oben zu halten, geschweige denn in dem Alter. Und das mit einer Muskelmasse, die würde ich behaupten, so gut wie niemand natural überhaupt hinkriegt. Okay, also du sagst quasi, der kann jetzt auch kein genetisches Wunderwerk sein. Ich würde behaupten, er ist nah dran, ein genetisches Wunderwerk zu sein, obwohl und trotzdem ist das nicht natural. Okay, krass. Also selbst diese Form auf Stoff ist für einen Durchschnittsathleten nicht erreichbar. Krass, okay. Also selbst auf Stoff für viele nicht möglich, sagst du? Krass. Für viele Leute ist das auf Stoff. Ich habe vielleicht eine verzerrte Perspektive, weil ich halt selber nur meinen Körper kenne. Ich glaube, viele Leute, die immer über Stoff und so reden, weil sie auch da die Erfahrung haben, haben auch, glaube ich, eine verzerrte Perspektive, was so für den Otto-Normalverbraucher eigentlich so drin ist. Ja. Und wie der in diesem Herkules-Film, oder so war das, glaube ich, wie er da aussah, die Masse dazu auch, der ist irgendwie über 1,90 groß, der wiegt, keine Ahnung, was wiegt der, 120 Kilo in trocken oder sowas. Das ist einfach, und das mit 50. Also es ist... Also auf Stoff, sagst du? Ja. Auf Stoff, auf Stoff. Aber es ist auch klar, dass er es nicht sagen darf. Er ist das Vorzeigeschild von Hollywood. Nee, finde ich, ja, also ich glaube aber auch häufig, dass man die Form von Leuten gar nicht sieht, weil die halt auch einfach nicht lang genug durchziehen. Also jetzt bei mir zum Beispiel ist auch einfach gedauert, bis ich dann gesehen habe, okay, also die ersten 3, 4 Jahre siehst du auch noch viel. Ja, aber du hattest diese Form mit 18, die andere Leute, egal in welchem Alter, auch nie kriegen. Ja, safe, aber ich habe zum Beispiel auch bei mir nach 4 Jahren hätte ich nie gedacht, dass du aussehen kannst. Es gibt sogar Leute, die mit Stoff deine damalige Form nicht kriegen können. Okay, krass, ja. Weil es Leute gibt, die einfach auch ohne Stoff so schmal gebaut sind, dass da mit Stoff dann immer noch schlechter aussehen als andere Leute, wenn sie nichts nehmen. Ich bin halt immer vorsichtig mit solchen Sachen, weil es dann immer so selbstvernichtende Argumente sind, weil man dann irgendwie sagt, so, jo, dann lohnt es sich ja für mich gar nicht. Und ich hätte ja nie gewusst, dass ich so aussehen kann, hätte ich jetzt nicht wirklich jahrelang durchgezogen. Nee, und wenn du aber auch selbstverständlich nicht so aussehen könntest, also wenn man zum Beispiel von Natur aus sehr schmal ist und da man kaum die Möglichkeit hat, was aufzubauen, baust du ja trotzdem was auf und verbesserst ja trotzdem deine Form und verbesserst sie so, dass das einen großen Unterschied macht. Und anfangs kann man das ja auch bei fast keinem sagen, wirklich auch so. Ich finde, es ist eher gefährlich, wenn man sagt, ey, das macht keinen Sinn zu trainieren, wenn man nicht so aussehen kann, wie du. Genau, das ist eher das Ding. Das ist so der falsche Rückschluss, dem man aussehen kann. Deswegen sage ich auch immer, niemand kann natural mit 50 so aussehen wie Dwayne Johnson und die wenigsten können natural mit 18 so aussehen wie du. Dwayne Johnson könnte natural mit 18 wahrscheinlich so aussehen wie du, ja. Und du könntest vielleicht mit Stoff so aussehen wie Dwayne Johnson. Mhm. Vielleicht. We will never know. Ich fasse dich nicht an. Warte, ihn würde ich skippen, weil er ist safe auf Stoff. Aber was ich interessant finden würde, ist hier Patrick Teutsch. Da hat mir Lukas gesagt, so sah der aus, bevor er Dottie bildet. Guck, aber der ist, wie alt er da war? Nee, weiß ich nicht. Aber guck, da würdest du auch nicht sagen, dass der eine krasse Genetik hat. Auf dem Bild auf keinen Fall. Kommt drauf an, wie alt er ist. Wenn er da 13 ist, vielleicht schon. Also, wie alt er da ist. Wenn er da 13 ist auf dem Bild. Ich glaube, er hat da ein bisschen Bärtchen. Wenn er da aber irgendwie schon 17, 18 ist, würde man nicht sagen, dass er eine krasse Genetik hat auf dem Bild, auch wenn er die offensichtlich ja hat. Ich finde, die Vaskularität bei ihm ist halt krass. Da habe ich sofort irgendwie gedacht, der ist trockener, als er eigentlich ist. Aber das ist schon eine sehr krasse Form. Ich dachte auch am Anfang, der ist Stoff safe. Also, wenn man jemanden irgendwo rumlaufen sieht, der so aussieht, ist diese Person normalerweise immer auf Stoff. Aber diese Person ist dann auch nicht einer der besten naturalen Bodybuilder. Das ist auch die Sache mit anderen Leuten, wie Brozap und so weiter. Das ist halt immer die Sache, wenn jeder oder ein Großteil der Leute so natural aussehen würden, wäre er ja auch nichts Besonderes mehr und es würde keinen Grund geben, warum er irgendwie als, keine Ahnung, einziger Netti da irgendwo die Pro-Card oder was er da geholt hat. Ich bin da nicht so ganz. Aber wäre das nicht mal interessant, jetzt zum Beispiel für dich zu gucken, so als wir da im Podcast über diese genetischen Marker und so gesprochen haben? Es wäre interessant zu gucken, wie, ob er irgendwas, irgendwas beim Myostatin oder Vollistatin, ob da irgendetwas bei ihm unnormal ist. Das wäre schon interessant. Was ich halt wirklich krass finde, ist, dass er nach seiner langen Wettkampf-Diät wie die meisten natürlich erstmal einen niedrigen Testosteronspiegel hatte, der aber auch dann ja auch eine Weile später immer noch niedrig war. Ich hatte im Podcast ja auch schon gesagt, bei dem Follow-up, das er hatte, war sein Testosteronwert zwar irgendwie wieder in Range, aber nur ein Bruchteil von meinem als alten Sack. Der Testosteronwert ist relativ hoch fürs Alter, aber er ist jetzt auch nicht außerhalb der Range und der wird deutlich niedriger immer noch. und dann ist natürlich die Frage, wenn er diese Muskulatur halten kann mit dem Testosteronwert, der normal für einen 60- oder 65-Jährigen ist, wie würde dann bei der Veranlagung, wie würde der dann aussehen, wenn er Stoff nimmt? Also, weil er muss ja, gerade die Muskulatur, die er hat, so im Oberkörperbereich, da wo die ganzen Androgenrezeptoren da sitzen. Die Schulter ist crazy, ja. Die Schulter ist absolut crazy und der Arm auch. Auch der Latte, natürlich sagen dann die Leute immer so, im Vergleich zu den anderen Leuten auf der Bühne bei den Nicht-Naturalen hat er ja keinen Latte oder sowas. Ja gut, aber im Vergleich zu jedem Naturalen ist das einfach mal ein Riesensteak, was da unterbar hängt. Hier finde ich, ja, das geht vollkommen klar. Da sieht man ihn jetzt, wo er nicht so trocken ist, aber auch diese Form, wo er nicht so trocken ist, wenn du dir das anguckst, ist für die meisten so nicht erreichbar, also wenn überhaupt. Und da ist er jetzt wieder shredded, richtig shredded und weißt du, was er wiegt? Nee. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich glaube, er hat nämlich letztens gewundert, dass er gar nicht so schwer ist, wie er aussieht. Ich finde halt dieses Bild, also das sind so die Pipelines, also wenn ich mir jetzt diese fette Ader wegdenke, dann geht es schon in eine Richtung, wo ich mir das vorstellen könnte, dass es geht, wenn du wirklich giftet bist. Also giftet, giftet jetzt mal, wenn er natural ist, dann ist er ultra giftet. Ja. Und niemand, der sich so ein Video jetzt anguckt, sollte hoffen, so auszusehen, weil dann wird man unwirklich. Hater, Hater. Ja, natürlich. Ich sage das auch alles nur, weil ich selber mit meinem Sport nie Erfolg hatte und Nein, aber das ist klar. Aber wäre doch mal interessant, mal zu gucken, was da so abgeht, Myostatin, Vollistatin und was auch immer mäßig. Es wäre interessant und vor allem auch, ich weiß ja nicht, ob er jetzt irgendwie, ich könnte jetzt. Das wäre doch mal, aber eine interessante, das wäre doch eine interessante, zweite Doktorarbeit hierzu, mal so molekulare oder genetische Grundlagen von, also um mal diese Frage so zu klären, was ist anders an all diesen Leuten, die nachweislich natural auf diesem ultra krassen Level sind? Okay, was haben die für Gemeinsamkeiten? Dafür muss man jetzt erstmal sagen, nachweislich natural ist, wenn ich sage, dass ich Patrick Teutsch glaube, dass er natural ist, dann weil ich ihn für einen netten Kerl halte und weil ich glaube, dass er so oft getestet wurde, dass es vielleicht möglich ist. Aber dann wäre das nur meine persönliche Meinung. Ich könnte nie wissen, dass er natural ist und ich würde persönlich nie eine Studie machen mit Probanden, bei denen ich es nicht wirklich weiß. Aber könntest du nicht, also ich meine, du würdest doch zwangsläufig quasi Bloodwork machen, irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat oder so dann mit denen? Ja, das könnte man schon irgendwie machen. Also man müsste da schon sehr genau, da müsste man mehrere von der Sorte auch noch haben, damit man irgendwie eine Statistik draus machen kann. Wie viel bräuchst du? Wie viel Patrick Teutsch bräuchst du? Zehn bis zwanzig? Je nachdem, da sind wir wieder bei Effektgröße und so, je nachdem, wie deutlich die Ausreißer sind, bei welchen Marken noch immer. Und dann... Das wäre echt interessant. Das Krasse ist, dass mindestens ein Marker, wenn man ihn, zumindest in dieser Phase, und der ist ja irgendwie aber immer mehr oder weniger schreddet. Das heißt wahrscheinlich, dass dann mindestens ein Marker bei ihm unterdurchschnittlich ist und das ausgerechnet der Marker, das Testosteron, der der einzige oder der wesentliche Grund ist, warum Männer so viel mehr Muskeln haben im Durchschnitt als Frauen. Und genau in dem Bereich, wo er die Muskeln hat. Genau das ist bei ihm unterdurchschnittlich. Und das ist für dich etwas, was so nicht so ganz zusammenpasst? Das ist für mich etwas, das ist nicht nur für mich etwas, das ist etwas, was erst mal, wenn er die Muskeln dann trotzdem halten kann, nicht zusammenpasst. Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er dann eventuell dann vielleicht doch auf THT muss, wenn sich das nicht wieder erholt. Und wenn das so wäre... Glaubst du, er kann sich durch irgendwie keiner an ganz viele verschiedene Wettkampfdiäten seinen Testosteron gefickt haben? Glaubst du, das wird ja immer gesagt, dass das möglich ist. Ich bin da aber skeptisch, ob das dauerhaft möglich ist, weil ich glaube, dass unsere Spezies ausgestorben wäre, wenn alle Männer in Hunger... Ah, schon, schon, schon. Wenn sie in Hungerphasen wären. Natürlich geht der Testosteron runter, der Körper will überleben und reproduzieren kann man später wieder darüber nachdenken, wenn man wieder was zu essen hat. Aber wenn dann jeder gleich unfruchtbar werden würde und die Gonaden sich nicht mehr erholen, das macht evolutionär keinen Sinn, dass sich sowas von der Selektion her durchgesetzt hätte. Deswegen würde ich denken, wenn es nur die Diät ist, müsste sich das irgendwann meiner Meinung nach wieder erholen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht dauert es auch ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber es müsste sich wieder erholen. Er ist ja anscheinend auch wieder in Range, was ausreichen würde, um normal zu leben und sich zu reproduzieren, hat er ja nun auch schon. Ist ja im Übrigen auch so ein Punkt, diese klassischen Indizien, ob jemand was stofft, ob jemand jetzt Pickel auf dem Rücken hat. Das ist so ein Quatsch. Wir sind jetzt ja wieder auf meinem Kanal, da achte ich mal auf meine Ausdrucksweise. Das ist so ein Quatsch. Es gibt Leute, die haben den ganzen Rücken voller Pickel schon seit der Pubertät und sind nicht auf Stoff. Und es gibt Leute, die haben keinerlei, es gibt Leute, denen fallen die Haare aus. Einfach nur durch die normale DHT-Produktion, weil man da die, so wie bei mir. Und es gibt Leute, die behalten volles Haar, selbst wenn sie supraphysiologische Testosteronwerte und DHT-Werte haben. So ein Scheiß. Ich wünschte, man könnte ja von Haar ausreißen und man wüsste es. In die Zukunft, in die Vergangenheit am besten. Ja, wenn man weiß, wann man testen soll, ja klar. Wissen wir dann nicht. Nee, und wenn man auch in diese ganzen Einzelheiten geht mit Samens und dem ganzen Kram. Ich weiß ja nicht, was hier bei der GMBF und sowas zum Beispiel überhaupt getestet wird. Ich weiß nicht, was die da testen. Achso, du meinst, dass es auch vielleicht so Loopholes gibt, die so im Bluttest nicht lau auftauchen und die dann irgendwie orale Steroide poppen oder so. Würde ich mutmaßen, dass das möglich ist. Was gerade... Das ist ja eh der größte Schrott. Also diese oralen Steroide, wer sowas nimmt, dem ist ja eh sowieso grundsätzlich mal nicht mehr zu helfen, finde ich. Nee, für die Leber und sowas ist das natürlich echt böse. Das ist so gruselig. Also wirklich, also das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann, wie Leute so ihr Leben wegschmeißen. Indem die so sagen, jo, okay, dann spritze ich mir ein bisschen was oder ich... Also mir geht es nicht in meinen Kopf rein. Also ich will niemanden verurteilen, aber das ist wirklich, das geht mir, also es geht mir nicht in meinen Kopf rein. Oder ich habe so ein Opi bei mir im Gym, ja, was ist ein Opi, aber der ist so ein älterer Mann, über 40 und der trainiert wirklich wie der größte Spast, aber ist auf Trenn. Wie alt war der? Was meinst du? Über 40. Ja, so ein Opi, also so richtig... Kein Opi, aber der ist über 40. Nein. Nein, aber der ist vielleicht sogar auch, also Mitte 40, 50, sowas weiß ich jetzt nicht genau. Na so oder so auf Trenn. Auf Trenn, aber trainiert wirklich einen Scheiß zusammen und glaub mir, du würdest also so... Und man würde es nicht mal denken, oder was? Oh Gott, das wäre ganz weit davon entfernt. Ja, das ist traurig. Also das ist wirklich traurig. Das ist traurig und... Ich bin dann dort und dann muss ich mir dann so anhören von dem so, ja, und worauf bist du? Und ich sage dem nichts. So, ha, 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 ich bin auf... Und ich denke mir so, und bist du... Also mach doch mal, zieh doch mal, mach doch mal bitte deinen Trizeps drücken nicht, der nimmt Fullstack, macht so viel. Also wirkt original so und ich frage ihn, du denkst jetzt, weil du Trenn nimmst, hilft dir das, dass du so einen Scheiß zusammen trainierst. Wobei streng genommen, wenn er nur in dem Bereich der Länge des Muskels trainiert, gibt es ja, die Studien zeigen, dass dann Teilbewegungen sogar schon wieder ganz gut sind. Gut. Besser als wenn er nur so Trizeps trainiert. Äh, ich weiß nicht, ob es komplett ausgestreckt ist oder... Nein, nein, ausgestreckt, 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 ausgestreckt. Weil es halt leichter ist, ne? Ja, und dann sind die Muskelzellen halt, die Phasen sind halt dann auch schon fast maximal kontrahiert. Das sind halt... Super auch für die Gelenke dann immer voll auszulocken, kurz sich auszurufen. Ja, das ist halt so, ja, es ist halt so, 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 so Ego-Lifting dann auch, ne? Ja, nee, aber ich will nur sagen, du vermischst halt so viele verschiedene Menschen dort. Also das ist echt, also Pumpen ist ein Sport, der wirklich sehr viele verschiedene gesellschaftliche, also sehr, sehr breit, sehr, sehr breite Bevölkerungsschichten zusammenbringt. Ja, was ja auch gut ist. Was eine sehr geile Sache ist. Ich meine, haben wir uns ja vor dem Podcast drüber unterhalten, wie gut, also konkret jetzt im so Lehrer-Dasein und so, wie gut es ist, dass man da verschiedene Leute unterrichtet und so. Ich bin ein riesengroßer Freund von. Aber da gibt es wirklich Leute, die teilweise echt Entscheidungen treffen, wo ich dann auch verstehe, wieso diese Mythen da sind, wo man halt sagt, okay, ja, also wenn so einer dann auf Stoff ist, dann verallgemeinere ich. Also genauso wie bei unserer, ganz am Anfang am Podcast, wo wir gesprochen haben, wo du erzählt hast von dieser Krebsgeschichte, wo dieser eine Mechanismus verallgemeinert worden ist, weil man eben bei drei, Richtig. also diesen Pathway dreimal gefunden hat. Ja, das waren jetzt erstmal deine... Das waren die Leute. Ja, ich habe mich, ich habe mich wie immer sehr diplomatisch ausgedrückt. Was ich glaube, im Zweifelsfall bei dem einen oder anderen kann man vielleicht zwischen den Zeilen rauslesen. Aber wie gesagt, ich würde... Die meisten Leute können wahrscheinlich nicht so aussehen, wie einige, die wir hier gesehen haben. Das mit Zac Efron, kann ich mir vorstellen, ist für sehr viele Leute kurzfristig möglich, aber mit dem geringen Körperfettanteil nicht dauerhaft möglich. Ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, dass er gemeint hat, dass der da dann echt sehr lange auf Diuretika war. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch noch was anderes am Start dann war. Wie gesagt, das ist... Chris Hemsworth haben wir jetzt ja geskippt, aber... Aber das ist 100.000-prozentig, war der auf... Hat der ein bisschen Sprite getrunken? Thor ist nicht natural. Ja, Thor ist echt nicht natural. Okay. Ja, dann habt ihr jetzt das erste Mal auch mal Netty or Not mit mir gesehen. Ich kann tatsächlich gar nicht sagen, dass ich mehr Infos dazu habe, für das, woran man einen Fake nicht vermeintlich erkennt. Das wissen alle Leute, die sich damit... Pickel, dicke Schultern und Nacken bis zum Ohrläppchen. Ja, wobei dicke Schultern und Nacken bis zum Ohrläppchen wirklich sehr verdächtig sind. Hat ja noch eine Basis, ja. Die sind auch sehr verdächtig. Die Pickel sind in meiner Meinung nach gar nicht verdächtig. Der Haarausfall ist nicht verdächtig. Viele Sachen sind nicht verdächtig. Die tiefe Stimme bei Frauen ist sehr verdächtig. Oder die große Klitoris. Auch das ist... Gut, das sieht man auf diesen Fotos sicherlich nicht. Das sieht man auf diesen Fotos sicherlich nicht. Ich habe das mal gesehen. Ja, aber... Das... Echt? Okay, wir müssen gleich noch mal drüber reden. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was... Das sind die Sachen, die natürlich dann klar... Woran man es am ehesten erkennt. Aber es gibt die genetischen Aus... Ausnahmen. Das wäre echt mal interessant, dazu Studien zu machen. Das wäre echt krank, also mal diese Population von genetischen Wundern in Anführungszeichen zu untersuchen. Also ob jetzt auf Stoff oder auch ohne Stoff, das wäre echt interessant, mal so zu sehen, was haben die jetzt wirklich gemeinsam und was hast du so für genetische Kombinationen, zum Beispiel macht sowas, könnte es in Patrick-Teutsch-Fall jetzt auch Sinn machen, dass zum Beispiel sowas wie ein niedriger Testosteronwert einen Offset haben kann in anderen Genen. Ich würde mir einfach mal festlegen, was ich glaube, ohne jetzt zu sagen, ich glaube, wenn Patrick-Teutsch jetzt demnächst sagt, ich glaube, mein Testosteron wird sich nicht wieder erholen und deswegen gehe ich jetzt auf Stoff und er dann auf Stoff aber nicht noch mal unglaublich viel krasser wird, dann würde ich mich festlegen zu glauben, dass er nicht natural ist. Das ist ein Statement. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so ausgedrückt, wie es wollte, aber ja. Hast du, hast du, hast du. Kann ich nachvollziehen. Weil dann klingt das für mich sehr nach, okay, ich habe es ausgereizt und jetzt wird es mir zu kritisch und jetzt habe ich eine Ausrede, um zu sagen, ich bin doch auf Stoff und dann müsste man schon auch und dann müsste er auch wirklich auf Stoff Mr. Olympia-Niveau bekommen, weil sonst ist es für mich nicht mehr erklärbar, wie man ohne so aussehen kann und mit dann nicht viel besser. Auf 250 Milligramm dann Big Grammy opfern. Auf 250 Milligramm hätte er seinen Wert vervielfacht im Vergleich zu dem, den er jetzt hat. Ja, ja. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und demnächst seht ihr mich dann auch noch mal bei Tim im Podcast hoffentlich und... Wird ein sehr geiler Podcast, gönnt euch. Ja, hat viel Spaß gemacht und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat und... Schlagt dein Besten dann noch die nächsten Leute vor, die wir uns hier einmal dann unter die Lupe nehmen, die wir beide noch nicht gesehen haben. Richtig, genau. Und Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht habt und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.